ich bin stolz auf meine leute schon wieder und ein vier recke ist der letzte ich weiß dass es da oben eine suche gibt der will mir das immer so andrehen so hey guck mal da gibt es ne suche jemand ist aufgelevelt atletik 100 klaro atletik gönnt ihr handel ausrüstung nur helme wollte ich wir können noch zwei mit dem fußsoldaten zwei stück abfahrt doch wir können wir wollten noch ein paar schwerter verkaufen danke für das geld wir haben vierhundert vierzehn tausend fast eine million 74 leute dabei wir müssen uns mal kurz prügeln braucht eine ausrüstung und dann können wir nämlich unsere truppen endlich hochleveln mit dem was wir liegen lassen wir müssen uns mal kurz prügeln braucht eine ausrüstung ich will ja nichts sagen aber geht mal ein stück vor da wo kommen sie dahinten da hinten kommen sie jungs und mädels lasst uns uns bereit machen zwei sind geflohen ein schwertkämpfer und ein hochgeborener ich will nichts sagen aber das ist das problem dass sie halt echt schüsse abbekommen die bekommen so üble schüsse abfallweise unser sieg schwertkämpfer wlandia oh ja wir haben noch einen schweren sturgier besser kann es nicht sein ok ich meine wenn ich so ein ding ähm ne ausrüstung nicht waffen das hier da leveln nicht viele aber da leveln ein paar gerade meine vielen sehr schön und wir bekommen entführung noch punkte jetzt muss ich mal kurz gucken gibt es unter dem ich weiß dass man auch waffen abgeben kann ne ah waffen hier ist es doch zolleinnahmen sind um zehn prozent höher steuereinnahmen ich würde das hier nehmen das geben der hände das ist nice haben wir irgend so ein schmodder hier guck mal hier ein bisschen schmodder für euch was auch immer das bedeutet ähm Moment Handel Waffen ok wir haben fast 500 1000 ah einer hat sich verbessert toll super wie viele truppen ach wir hätten Moment oh ja unser kumpel hat sich verbessert da Mathis von den Hügel hmm Waldvolk nice das wird den Leuten richtig auf die Nerven gehen ich meine guck dich das mal an wir sind fast genauso schnell also ok gut doch nicht Lüge hab mich schon gefreut gegen wen haben wir denn jetzt Krieg gegen die da unten ne ja ich komm mal vorbei hab gehört ihr braucht paar helfende Hände oh warte mal das war aber war aber ein Händler ne schade nur ein Händler und danach müssen wir heiraten nachdem wir gekämpft haben und hoffentlich nicht verloren wozu ist ah gut die sind sehr schön ähm ok könnten wir gewinnen wir sind so gemein alter wir nehmen den High Ground instant da fehlt mir wieder ne Truppe Fuh warum immer Infantree move 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 wurde dich da unten mit dem move forward wir stellen sie hier oben hin und schießen sie weg forward Reicht erst mal, wenn ihr hierhin geht. Seid ihr ready? Das ist unser Sieg. Geht ein bisschen runter. Dann lasst sie uns wegschießen. Bats, ein Pferd gekochen. Da ist eine Wache weg. Ja, danke schön. Na, schade. Der hat eine Grätsche gemacht. Aua. Würde ich da sagen. Komm mal her, Junge. Was, was ich nicht bocke? Oh, den hat es erwischt. Den hat es verrissen. Alter. Ey. Vorsicht. Ich versuche, den mal zu erwischen. Okay, das war ein Treffer. Oh. Pass auf, die kommen da. Gebt dem wirklich die Hölle gerade. Gebt dem die Hölle. Den hat er erwischt. Soldiers. In fact, move. Nein. So forward and forward. Alles gut. Was haben wir verloren? Einen Verletzten. Würde mal sagen. Wir geben dem mal so richtig einen auf den Sack. Komm, wir holen den uns. Da rennen eine Karawanen weg. Ui, da fliegen die ersten Pfeile, ha? Ui. Den hat es. Der ist weg. Ja, nice. Ein landischer Fußsoldat wurde verletzt. Am bestensten haben wir alle, ja. Haben wir alle verhauen. So stelle ich mir einen Kampf vor. So schmerzhaft für den Gegner. Wir nehmen uns alles mit. Und. Gönnt euch, Leute. Aha. Jo. Na, wenn sich jetzt noch mal jemand mit uns anlegen will. Aber. Ich will jetzt nicht zu viel Risiko eingehen. Wir machen mal jetzt Piano. Wie sieht es dann aus mit dem Clan-Rang? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Können wir tatsächlich irgendwo da hinten hingehen? Einer zu wenig. Oh, da ist Unkits. So heißt er doch. Unkits. Oh, da wird aber. Wie viele sind's? Herr Kekertz. Müssen wir kurz nachzählen. 113. Oh Gott. Ähm. 120 roundabout. 220. Äh, 200. Ne. Das sind doch 220. Ne. 200 plus 120. 320. Oh, das wird ganz. Das wird eine ganz enge Kiste. Das schaffen wir nicht mit denen. Das wird eine ganz enge Kiste. Oh Gott. An tausender Truppe. Woher nehmen die die denn? Ich meine gegen 100, 200 oder so. Okay. Aber, alter, 1000 wieder? Das ist madig. Ähm. Oh, die Musik ist aus. Äh, kurzen Moment. Ich mach sie gleich wieder an. Hallo? Gehen sie doch bitte an. Okay. Entschuldigt bitte. Ich war schon. Ganz außer mir. Gut, jetzt wiederholt sich der letzte Soundtrack. Aber. Weil ich einfach nur auf Play gedrückt habe. Was wollte ich eigentlich? Heiraten wollte ich. Wer hat denn eine Tochter zu vergeben? Natürlich heiraten wir. Mit. Mit den Vlandiern. Lady. Lady. Fürst. Fürst. Hm. Gegner Familie. Vater. Ehemann. Ehemann. Äh, Vater. Okay. Die ist auch noch jung. Und sie ist 13. Hm. Mulan. Das ist, glaube ich, seine Frau, oder? Ähm, jüngere Dame. Ähm, jüngere Dame. Hat niemanden. Könnte ich mich... Äh, was war das? Dame Rock, ne? Das ist der, der hat er. Das ist der Chef von denen. Hm. Nee, ist zu jung. Bedeutet für uns... Bedeutet für uns... Nope. Das ist, glaube ich, nur seine... ...Frau? Frau? Nee. Wir könnten uns in diese kleine... ...da rein heiraten. Ausstrahlung und Reitkunst. Mauryana. Das ist eine sehr kleine Familie mittlerweile. Dave Volkun. Sie ist eine gute Taktikerin sogar. Vielleicht finden wir noch eine Heilerin? Hm. Die Händlerin. Detir. Adalis. Ethild. Mulan hatten wir die schon. Reingarda. Die ist noch zu jung. Ich klicke mich nur so ein bisschen durch. Nee, systematisch durch. Sylwind. Sie ist eine Kämpferin. Sie ist eine richtige Kämpfernatur. Gemein und grausam zu sein. Nun. Was hat denn die, die wir da jetzt bereits markiert hatten? Großzügig gegenüber Freunden. Nicht vertrauenswürdig. Großzügig. Großzügig. Wen hatten wir denn jetzt? Ja. Was? 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 Wenn ihr euch auf den Laufenden über die Clans halten wollt, könnt ihr euch verbillte Gegner gleichmals. Euch, ihre Mitglieder und Läden in Stärkestufe anzeigen. Ja. Ähm. Hier. Die. Ein guter Freund, aber ein gefährlicher Feind zu sein. Burg Omanfad. Wo ist Burg Omanfad? Burg Garantor. Garantor. Ui, die ist da ganz, ganz hinten. Ja, dann. Wissen wir ja schon, wohin wir reisen. Ich werde nochmal bei Burg Westkant nochmal kurz Pause machen, um zu gucken, ob es hier noch dort ist. Aber das wäre doch was. Burg Vereksanz. Ja. Ja gut, dann auf geht's. Da geht's lang. Los, los. Wir werden es schaffen. Uns wird die Tür. Mauriana. Wir gehen sie sogar persönlich besuchen. Dein ist nicht ein Gesicht, den ich weiß. Was ist dein Name, Stranger? Stranger? Spinteo. Und wer seid ihr? Mauriana aus dem Haus Delphilcun. Den schon seit Generationen dem Königin Vlanders. Hm. Meine Dame, ich muss mich als euer leidenschaftlichster Bewunderer bekennen. Ja, wir nehmen Angebote entgegen. Sonst, die Dinge darf man nicht überstürzen. Nun. Das klingt wie auf dem Bazar. Ich möchte euch meine Hand anbieten. Ich denke, ihr müsst es in der Welt noch viel weiter bringen. Ihr, ich... Wir treffen uns nach altem Brauch ab und zu. Um zu sehen, ob wir etwas füreinander tun können. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ma'am. Wartet. Wir wollen Zeit miteinander. Es ist schön, dass wir die Gelegenheit haben, einander kennenzulernen. Erfolg. Ich habe Glück, tapferer Krieger zu sein. Es ist einfach eine Ehre an der Seite von Kameraden gekämpft zu haben, die ohne Zögern ihr Blut gegeben haben, um mich am Leben zu halten. Jetzt kommt wahrscheinlich null, 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 null. Nein. Ich hoffe, ich kann Frieden ins Land bringen. Schweiß und Blutvergossen haben ihren Anteil erhalten. Wir sind fair. Ah, nun, anscheinend haben wir eine Menge gemeinsam. Vielleicht können wir uns beim nächsten Treffen wieder unterhalten. Yes. Ich habe richtig Bock. Währenddessen kloppen wir noch ein paar Leute weg. Stirbt. Wir holen sie uns. Boah, diese... Ah, ich liebe es. Ich liebe es, wenn so viele Einheiten rumrennen. Ich liebe es dann.